Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute zeige ich dir, wie du Champagner trinkst, ohne dich zu klamieren. Also dranbleiben. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich für Champagner trinken zu entscheiden? Na, Coco Chanel hat gesagt, sie trinkt nur bei zwei Gelegenheiten Champagner. Wenn sie verliebt ist oder wenn sie es nicht ist. Meine Meinung ist, man muss nicht einen Grund finden, um Champagner zu trinken. Es gibt immer einen Grund für Champagner. So, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal der Flaschrelle auf, aber richtig. Dann fangen wir hier oben, das wegmachen. Dann entfernen wir den Korb und beim Korken öffnen, ganz wichtig, der Korken wird gehalten und nur die Flasche wird gedreht. Ganz langsam, vorsichtig und leicht schräg. Und so öffnet man die Flasche richtig. Leise, behutsam, ohne dass was rauskommt. Nachdem wir die Flasche jetzt richtig geöffnet haben, schenken wir sie auch richtig ein. Wir nehmen das Glas leicht schräg und auch die Flasche und lassen es den ganz langsam ins Glas einschenken. Und Tipp von mir, ihr könnt die Gläser auch kühlen, entweder im Eisfach oder zuvor mit Eiswürfel runterkühlen. Dann das Eis rausnehmen und dann einschenken, dann ist der Champagner noch ein bisschen kälter. Leute, wenn ihr Champagner dringt, lasst euch Zeit, denn auch die Champagnergärung in der Flasche hat Zeit gebraucht. Champagner äxt man nicht, man genießt ihn. Genießt einfach auch die Perlage, die Aromen. Wir nippen ein kleines bisschen, lassen ihm den Gaumen, ein bisschen auf der Zunge tanzen. Und dann genießt man Champagner wirklich. Auf euch. Solltet ihr mal probieren. Ich verlinke ihn einfach mal euch unten in der Infobox. Das ist ein richtig toller Champagner, den ich da gefunden habe. Bei dem schönen Wetter hier, da macht Champagner trinken richtig Spaß. Aber nicht nur, dass ihr denkt, dass Champagner trinken einen besonderen Anlass braucht. Ich finde auch, eine gute Serie auf Netflix ist umso schöner mit einem Flaschen der Shampoos. In diesem Sinne, ich werde mir jetzt erstmal ein paar folgende Serien angucken. Und ihr, ihr macht euch erstmal einen Flaschen auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, da noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und da oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Einfach mal draufklicken, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.